Martin Hellberg war ein deutscher Theater- und Filmregisseur, Schauspieler und Autor. Leben Kindheit, Jugend und Theater schaffen Martin Heinrichs Vater war eigentlich Glaser von Beruf, doch schloss er sich den katholisch-apostolischen Irvingianern an und als solcher wurde er Vorstär der katholisch-apostolischen Gemeinde in Dresden. Als Martin drei Jahre alt war, wurde sein Vater nach Essen versetzt, aber ein knappes Jahr später nach Dresden zurückberufen. Dies war für längere Zeit der einzige Wohnortwechsel. Mit zwölf Jahren ermöglichte die Mutter ihm, die Hofoppa im Stehparkett zu besuchen. So wurde er großer Fan der Oper, kannte jeden Beteiligten und sammelte alles über sie. Ins Jahr 1918 fiel sein erster Schauspielbesuch. Zu Ostern 1919 schloss er die Volksschule ab und entschied sich, Maschinenschlosser zu werden, um später als Bühnentechniker im Theater zu arbeiten. Bei der Firma Schlade Zwerke AG unterschrieb sein Vater für ihn einen dreieinhalbjährigen Lehrvertrag. Er erlernte dort auch das technische Zeichnen. 1920 trat er in einem Märchenspiel zum ersten Mal vor Publikum auf und spielte darin leidenschaftlich die Hauptrolle. Im September 1922 erhielt er seinen Gesellenbrief als Schlosser und Zeichner und wurde ab Oktober als Dreher und Fräser in der Kinobauabteilung der Ernemannwerke in Dresden-Neustadt angestellt. Zu dieser Zeit besuchte er, dies vor allem vor seinem Vater verheimlichend, als Abendschüler das Konservatorium für Musik und Theater. Im November 1923 wurde er nach der Teilnahme an einem Streik bei den Ernemannwerken entlassen. Er wurde als Komparser am Schauspielhaus angenommen und arbeitete mit den kaum Altersunterschied aufweisenden Kurt Trepte und Alfons Mühlhofer zusammen. In der Spielzeit 1923 1924 wurde seine Bühnenpräsenz auf kleine Einsätze ausgeweitet. Ohne umfassende Schauspielausbildung nahm sich Georg Kiesau seiner an. Bedingung für ein festes Engagement war die Änderung des Nachnamens, da Heinrich, einerseits als häufiger Familienname nicht unverwechselbar und andererseits wegen des Vornamencharakters irritierend war. Spontan entschied sich der Nachwuchsschauspieler für Hellberg, der Hauptfigur aus dem Roman, den sein Vater geschrieben hatte. So erhielt er einen Vertrag am Dresdner Schauspielhaus ab der Spielzeit 1924 1925. Seine erste Rolle als Berufsschauspieler war die des Lancelot Gobbo im Kaufmann von Venedig. 1926 war Hellberg mitwirkender bei der deutschen Uraufführung von Ben Johnsons Volp One oder der Tanz ums Geld, frei bearbeitet von Stefan Zweig, mit Alfred Meyer als Volp One, und Erich Ponto als Moskau. Hellberg traf auf diese Weise mit Stefan Zweig zusammen. In den darauffolgenden Jahren spielte er tragende Rollen in Shakespeare-Komödien und Goethe wie Lessing-Dramen. Unter seinen Bühnenpartnern waren zum Beispiel Felix Steinberg, Walter Kottenkamp und der schon erwähnte Erich Ponto. Mit einer Gruppe junger Schauspieler und Laien inszenierte er außerhäusig Peter Martin Lampels Revolte im Erziehungshaus, obwohl für die Staatstheaterbediensteten traditionell die Vorschrift politischer Passivität galt. Aus dieser Freizeitaktivität entstand das erste reine Arbeitertheater in Dresden, Rotor, überschrieben. In der Bezeichnung für ein damals neu erfundenes Vehikel steckte das Wort, Rot, das geeignet war, anzuzeigen, was die Theatertruppe transportieren wollte, nämlich linkes Gedankengut. Anlässlich einer Großkundgebung füllte Hellberg am 15. Juli 1931 den Beitrittsschein zur KPD aus. Bald kam er in engste Fühlung mit der Dresdner Agi-Prop-Truppe, Rote Raketen. Zu deren Repertoire gehörten unter anderem die Friedrich-Wolf-Stücke Zyankali und die Matrosen von Kataro. Am Tag vor Hitlers Machtübernahme veranstaltete Hellberg im Dresdner Central Theater eine Maxim-Gorki feiert, die mit einer polizeilichen Hinausprügelei des Publikums endete. Seine offen gezeigte Mitgliedschaft in der KPD führte zum Ausschluss aus dem Verband der Sächsischen Staatstheater mit Wirkung ab 21. April 1933. Im August 1934 wirkte er am Schiller Theater Berlin. Im Januar 1935 begann ein viermonatiger Gastspielvertrag mit dem Thalia Theater Hamburg, nach dessen Ableistung ging er an die komische Oper Berlin und je nach wiederum ans Theater in der Bärenstraße. Es folgte ein Umzug nach Stuttgart, wo er als Sprecher und Hörspielakteur im Reichssender Stuttgart eingesetzt wurde. Im Anschluss tingelte er mit Schauspielkollegen über die schwäbischen Kleinstädte. In der Spielzeit 1940-1941 war er Oberspielleiter an der Württembergischen Landesbühne und in derselben Funktion 1941-1942 an den städtischen Bühnen Freiburg im Breisgau. Am 22. August 1942 ereilte ihn der Ausschluss aus der Reichskulturkammer und damit ein allgemeines Berufsverbot, das er aber ignorierte, sodass in manchen Lebensabrissen auch die Angabe, 1943 zu finden ist, das Jahr, in dem er als Soldat eines Strafbataillons ins Pripierzumpfgebiet an der Ostfront kommandiert wurde. Nach dem Krieg kehrte er zunächst nach Freiburg zurück, wo er sein Stück Der neue Weg verfasste und im September 1945 mit ihm selbst in einer der Hauptrollen Uraufführte. Auf Vermittlung von Erich Kästner erhielt Hellberg Ende 1945 den Pusten des Abteilungsleiters, Hörspiel, bei Radio München und in eines Regisseurs an den Münchner Kammerspielen. Als Radiomacher bot er verschiedene Formate an. Das Glanzstück war das Hörspiel der Revisor nach Nikolai Gogol mit dem kriegsbedingt ausgedünnten, Münchner Schauspielerreservoir. An den Kammerspielen inszenierte er 1946 die deutsche Erstaufführung von Jean-Gira Udud Der Trojanische Krieg findet nicht statt und ging damit auf Gastspielreise in Sachsen. Ebenfalls eine Gastregie war das diesmal auf die Bühne gebrachte Revisorstück in Stuttgart, im Schauspielhaus des Neuen Theaters, das Hellberg selbst für »Eine der gelungensten Inszenierungen meines Lebens« hielt. In München gründete er die »Deutsche Schauspielschule München«. Der Unterrichtsbeginn fand im Sommer 1946 statt. Auf 1946 ist auch sein Eintritt in die SED datiert. Die Schauspielschule musste 1948 wegen Kreditverweigerung wieder schließen. Seine zweite Gründung, das dramatische Theater am Odeonsplatz, konnte zu dieser Zeit zwar noch seinen Spielbetrieb aufrecht erhalten, seinem Fortbestand wurden jedoch ebenfalls Steine in den Weg gelegt. Hellberg fühlte sich aus politischen Gründen aus München verdrängt, er ging in die sowjetisch besetzte Zone des Landes. Im August 1949 war er Oberspielleiter und Darsteller an seiner alten Wirkungsstätte am Dresdner Staatsschauspiel. Erwähnenswert sind hier die Götz von Berlichingen Aufführungen. Zugleich unterstützte er Berliner Theater. Er begann 1949 bei Hans Rodenberg als Schauspieler im damaligen Theater im Haus der Kultur der Sowjetunion, inszenierte im Oktober 1949 die Uraufführung von Leon Krutzkowskis »Die Sonnenbrucks« in den Kammerspielen am Deutschen Theater und fand seine künstlerische Arbeit im Dezember 1949 gekrönt mit der Ernennung zum Generalintendanten der Dresdner Staatstheater. Somit war Martin Hellberg der erste Theaterintendant, der von der Regierung der zwölf Wochen zuvor gegründeten DDR eingesetzt wurde. Die Ausübung des Amtes begann 1950. Hellberg machte sein Einstandsjahr mit der Veranstaltung der langen Nachhallenden, Shakespeare-Tage, sowie der Regiearbeit bei das Glockenspiel des Kreml mit seinen 42.000 Besuchern zu einem denkwürdigen Jahr in der Geschichte des Dresdner großen Hauses. Des Weiteren wurden unter anderem Emilia Galotti, König Johann und die in Berlin erprobten Sonnenbrucks Publikumserfolge. Im März 1951 erhielt Hellberg von der DEFA das Angebot, im Metzig-Filmroman einer jungen Ehe mitzuspielen. Das war der Einstieg in eine neue Schaffensperiode als Filmregisseur. Auslöser für das Ende der Intendanz war die Kritik an der Doppelbeschäftigung seitens des Ministeriums für Volksbildung, Hauptabteilung Kunst und Literatur. Rund zehn Jahre später, am 1. August 1962 übernahm Martin Hellberg noch einmal eine Theaterleitung, nämlich die Generalintendanz des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin. Am 30. November 1963 mitten in der Spielzeit, erfolgte die Abberufung wegen wiederholter Missachtung von Aufträgen und Anweisungen übergeordneter Dienststellen. Filmschaffen von 1951 bis 1964 entstanden bei der DEFA 16 Filme unter seiner Regie. Sein Erstlingswerk Das verurteilte Dorf, zu dem Kurt und Jeanne Stern das Buch schrieben, errang internationale Anerkennung. Er erhielt dafür unter anderem den Internationalen Friedenspreis, der ihm von Jorge Amado überreicht wurde. Unter seinen politisch engagierten Filmen, die heute zu Zeugen der Zeit geworden sind, waren eine ganze Reihe von Klassiker-Adaptionen. Im Film Lotte in Weimar von Regisseur Egon Günther nach dem Goethe-Roman von Thomas Mann spielte Hellberg, neben Lillipalmer als »Lotte«, den »Geheimrat von Goethe«. Er verkörperte den Dichterfürsten so glaubhaft, dass er zu seiner Paraderolle wurde. Er schlüpfte weitere zweimal in diese Rolle für die Bildungsfanserei »Geheimnisvolles Interview« und einmal für einen Dokumentarfilm über Weimar. 1988 mimte er auch in einem ZDF-Film über den Weimarer Zwiebelmarkt sein Idol. Im Oscar-prämierten Film »Mephisto« von Regisseur Istvon Schabo stand er an der Seite von Klaus-Maria Brandauer in der Rolle des Max Reinhardt vor der Kamera. Hellbergs Töchter Kerstin und Margret singen im Film in einer Szene ein Duett von Felix Mendelssohn Bartholdy. Hellberg entdeckte und förderte Wolf Kaiser, Martin Flörchinger, Rolf Ludwig, Helga Göring, Peter Herden und Ingeborg Ottmann und arbeitete mit diesen freundschaftlich vertraut zusammen. Sein Wissen, seine Erfahrung und seine Berufsauffassung gab er zwischen 1956 und 1958 an die Studenten der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg als Leiter der Fachrichtung »Regie«, Schauspielerführung vor der Filmkamera, weiter. Privatleben und alter Martin Hellberg war von 1926 bis 1935 mit Bertha Gorewitsch verheiratet. Sie emigrierte mit dem gemeinsamen Sohn Igael Tumakin nach Palästina. Dessen jüngster Sohn Yong Tumakin ist ebenfalls in der Filmindustrie aktiv. Er ist ein bekannter israelischer Schauspieler. Nach seiner Ehe mit Gorewitsch war Hellberg mit der Schauspielerin, Publizistin und Dramaturgin Traute Richter verheiratet, mit der er bis 1960 gemeinsam lebte. Sie flüchtete 1962 aus der DDR nach West-Berlin. Hellberg lebte und arbeitete zuletzt in Bad Berka bei Weimar mit seiner letzten Frau, der Gesangsdozentin Sigrid Kirsten Hellberg und Töchtern. Dort traf er auch Vorbereitungen für ein Martin-Hellberg-Archiv. Neben dem Aufbau dieses Archivs schrieb er seine Memoiren, die in drei Bänden vorgelegt wurden, nahm an Diskussionsforen teil und hielt in Schulen Vorträge über klassische Literatur. Martin Hellberg war Vorstandsmitglied der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft und Ehrenmitglied der Staatstheater Dresden. 1980 wurde er mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold ausgezeichnet. Nach der Filmehrer widmete er sich einigen Gastinszenierungen an Theatern, zum Beispiel am Deutschen Nationaltheater Weimar und am Elbe-Elster-Theater der Lutherstadt Wittenberg. Scharfensphilosophie Hellberg bekannte 1955, Die Regie ist mir Fazit meines Lebens, höchste Erfüllung. Dem, was mich umgibt, ein Stück Ordnung abbringen, ein Stück Leben durchscheinend, transparent zu machen, dass das allgemeingültige Gesetz sichtbar wird, das ist Regie. Er befand, Theater und Film seien keine Brüder, denn eine Bühnenregie bedeute, mit den Worten des Dichters zu arbeiten während eine Filmregie verlange, in Bildern zu erzählen. Beim Erfahrungsvergleich kam er zu dem Ergebnis. Eigentlich schenkt mir heute der Film, was mir das Theater versagte. Tief empfinde ich die Gewissheit, dass das, was gestaltet ist, auch bleibt, im Gegensatz zum flüchtigen Werk auf der Bühne. Ein Jahr später bemängelte er hinsichtlich seines bevorzugten Wirkungsfeldes, Film, neben Eingriffen in die künstlerische Freiheit und anderen systemimmanenten Erschwernissen vor allem, dass Filme entgegen dem zuvor festgestellten Vorteil doch, Eintagsfliegen, seien, die allzu schnell der Vergessenheit anheimfallen würden. Sie würden die Kinos durchlaufen und anschließend in den Archiven eingemottet werden. Zudem kämen die akribische Regiearbeit und die modernen Aufnahmetechniken durch veraltete Wiedergabetechniken nicht zur Geltung. Ein weiteres Jahr später formulierte er daraus die Konsequenz. Es geht für mich um die überfällige Neufixierung der Stellung des Films und des Filmkünstlers in unserer Gesellschaft. Zur Theaterarbeit schrieb Hellberg in seinem zweiten Memoarenband im Wirbel der Wahrheit 1978. Kunst ist meinem Offenbarungsdrang Natur, durch meine subjektive Betrachtungsweise gefiltert. Man muss, das bestätigen die Kollegen, auf den Proben dabei gewesen sein, um dieses Credo zu verstehen. Auszeichnungen 1960 Heinrich Greif Preis I Klasse 1952 Nationalpreis I Klasse für Kunst und Literatur 1953 Weltfriedenspreis 1974 Vaterländischer Verdienstorden in Silber 1980 Vaterländischer Verdienstorden in Gold 1984 Karl-Max-Orden